Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 wie viel der jetzt hier transportiert, wenn alles fertig ist, ob der genau auf 100% kommt oder nicht. Da kommt er wahrscheinlich auch drauf an, wie die Effekte aktiviert sind. Wahrscheinlich wird er jetzt 100% haben. Aber, wir haben alles geschafft. Oh ne, er hat 81. Wir haben alles geschafft hier, wir haben alles auf Level 1000 gebracht. Wir haben viele seltene Mitarbeiter hier am Anfang sind die ganzen grünen in der Mitte die blauen oder am Ende die lilanen. Und, wir haben jetzt vollbracht. Ich hab jetzt noch ein paar Booster, die ich hoffentlich alle mitnehmen kann. in die Kohlemine, für das wir jetzt ein AI brauchen. Also, das dauert glaube ich 2-3 Tage oder so, bis ich jetzt auf das AI kommen werde. Ich werde mal schauen. Wobei, ne, eigentlich, wenn ich morgen aus der Arbeit komme um 17 Uhr, dann müsste das eigentlich schon fertig sein. Und dann kann ich das auf jeden Fall machen. Und wir werden jetzt aber noch mal kurz in die Farminghöhle gehen und mal gucken, wie viel wir jetzt hier rausbekommen werden. Ich bau' jetzt mal eins ab. Und wir kriegen 23, 23, 27, 24, okay, ich würde sagen, so um die 25, 23, 24, so 23, 24, mal auch mal ein bisschen mehr wie 27. Kriegen wir jetzt hier aus einem abgebauten Block raus. Ich habe auch ein bisschen wieder hier abgebaut. Ich bin jetzt Spitzacklevel 52, das war ich gleich davor auch schon. Ich habe aber auch auf jeden Fall ein paar Blöcke abgebaut. Sieht man auch unten, da bin ich fast Level 53 jetzt. Und ich habe 13,7 AH verdient, was jetzt wirklich nicht viel ist, weil man sieht ja hier, dass da viel, der kommt jetzt hier mit 528 AG zurück. Der letzte macht 7 AG, obwohl doch eigentlich ist 13 AH schon viel. Wobei, ich hätte über, keine Ahnung, in einer Stunde 100 AH oder so machen. Doch eigentlich ist es schon viel 13 AH. Okay, vergesst, was ich gesagt habe. Wir werden jetzt aber auf meinen YouTube-Kanal gehen und mal schauen, wie unsere Medien denn so am Anfang noch aussehen, so in meinem ersten Moneymaker-Video und wir werden mal ein bisschen in die Vergangenheit reisen. So, wir befinden uns jetzt auf YouTube und wir sehen hier, dieser neue gommehd.net Spielmodus macht süchtig. Hat 2301 Aufrufe. Ich habe keine Ahnung, wie es das geschafft hat. 84 Likes, 8 Deslikes. Also, vielen, vielen Dank auf jeden Fall dafür. Und auch 19 Kommentare und oh mein Gott. Ich weiß nicht, wie es das geschafft hat, aber auf jeden Fall vielen, vielen Dank dafür. Wir schauen jetzt einfach mal hier am Anfang an. So, wir sehen hier und heute sind wir auf den und wir schauen mal, wir haben hier eine ID Cash von 767k pro Sekunde. Wir haben 35 Minenarbeitsplätze und Loren und Banktransport ist auf jeden Fall viel, viel höher als unsere Produktion. Komma, die punkten Netz-Servern in dem neuen Spielmodus Oh, habt ihr das gesehen? Money Maker. Okay, hier ist auch kein Lila, hier hatten wir noch keinen Lila und Mitarbeiter. 663 haben wir schon bis zum Eingesuchts gestern und heute. Okay, gestern und heute am 1.10. Also, ich glaube, am 1.10. ist es dann noch rausgekommen. Oder war der 1.10. Freitag? Der 1.10. Ja, der war ein Freitag. Okay, der Spielmodus kam also am 1.10. raus. Mein Banktransport ist ja mit dem 21.11. Vielleicht kennt man das Spiel eine meiner Tycoon genauso ist es hier auch aufgebaut. Und unsere Mine sehr, sehr, sehr klein. Sehr, sehr kurz. Also, wir hatten 5 Minen jetzt mit 30 auf Level 500. Das haben wir alles auf Level 500 hochgelabelt. war schon alles auf Level 500. Das war nice. Das ist nice. Und Keral wird dann auch gleich entfernt hier. Okay, also, es war sehr, 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 sehr wenig. Was hatten wir hier? Hier tun wir sogar schon Adam. Wir werden es sehen, nur damit ihr einfach Bescheid wisst, dass wahrscheinlich jetzt wieder weniger Videos kommen werden. Okay, da habe ich geredet, weil ich da mein Resort begonnen habe. Also, in der Tagespflege neu. Aber, ja, gehen wir dann Bug. Mega Progress. Okay, wir schauen jetzt mal, das war vor einem Monat und das war auch vor einem Monat. 7.11. Was ist eine Woche später passiert? Wir geben hier waren wir schon bei der Produktion bei AA und beim Kunde Stand von AB Level 344. Das war echt viel Kommentare schreiben. Dann wird jetzt wahrscheinlich länger kein Video kommt. wie es hier auch stand, wie es auf dem Titel steht. Sieht man das hier, was man aus der Minen hatte? Naja, sie hatten hier schon 7.000 abgebaut Blöcke und 39 Bitzeichen Level. Ich bin bei 53. Okay, hier hatten wir Minen Nummer 28, das war jetzt vor zwei Wochen und das war jetzt wieder, haben wir wieder mega viel Porges gemacht. Hier waren wir schon bei AD und hier hat unsere Minen auch schon eine beachtliche Länge. Aber das ist jetzt noch nicht so lange her, wobei doch das auch schon Monat her. Ja, interessant, sehr interessant, am Anfang ging es noch etwas schneller voran, dann etwas langsamer. Ich finde es jetzt eine eigentlich relativ perfekte Länge, dass das jetzt so ist und genau, wir sind jetzt fertig mit unserer Goldmine, alles komplett hochgelevelt, Level 500, überall in 31, Level 1000 bei Bank und bei Transportmitarbeiter, überall auf ganz hochgelevelt, wir sparen jetzt auf AI und dann beginnen wir nächste Woche, ich werde mal schauen, wahrscheinlich kommt das Video schon unter der Woche und nicht erst am Wochenende, dann wenn ich halt dazu komme und das heißt nächste Woche, vielleicht Dienstag, Mittwoch, Donnerstag oder erst am Wochenende, werden wir sehen, werden wir dann in die Kohle-Mine gehen, da werden wir eine neue Mine freistalten und dann wird es auch weitergehen, wir haben jetzt noch viele Booster, die wir dann benutzen können und ja, die Goldmine ist jetzt aber komplett abgeschlossen genau, das war es mit meiner Goldmine, jetzt geht es weiter in der Kohle-Mine, so viel dazu, ist auf jeden Fall richtig, richtig nice und ich würde jetzt aber sagen, das war es vom Video, wir sehen uns im nächsten Video in der Kohle-Mine wieder, lasst ein Abo, Like oder Kommentar da, schreibt in die Kommentare, wie euch die Moneymaker-Videos bis jetzt in der Goldmine gefallen haben und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video in der Kohle-Mine wieder und wir haben jetzt Abschied genommen von der Goldmine, bis zum nächsten Video, Tschaui! Tschaui! Tschaui!